Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu einer weiteren Blu-Ray Shopping Tour und wir sehen im Müller eine richtig coole 4K Ultra HD Keepcase Aktion. Erinnert mich stark an die Aktion von Amazon, da gab es diese Woche ja auch ein paar Keepcases in 4K für 12,99 Euro und guckt man mal auf die Filmauswahl, dann ist die fast identisch mit Amazon. Das ist natürlich eine richtig coole Geschichte, kann auch vielleicht so ein kleiner Konter gewesen sein von Amazon, ich weiß es nicht genau, aber hier im Markt gab es durchaus ein paar interessante Filme für diesen Preis in 4K zu entdecken. Dann bin ich weiter in die Mediabook Abteilung gezogen und habe mich dann diesmal hier komplett umgesehen, denn es wurde wieder ein bisschen was verändert. Da kommen wir dann gleich dazu und das Ganze ist jetzt etwas übersichtlicher gestaltet. Da sind dann auch nicht mehr so viele Mediabooks jetzt nacheinander hier in diesen Regalen. Ihr kennt das vielleicht aus der einen oder anderen letzten Blu-Ray Shopping Tour, da war schon ziemlich viel gequetscht. Das Ganze haben sie jetzt ausgebreitet, lockerer gemacht und so macht es dann auch viel mehr Spaß in den Regalen zu stöbern. Kommt auch den Editionen zugute, wenn da nicht alles so reingepresst ist. Ab und zu entstehen da ja Stauchungen oder die Folie reißt ein. Also das ist krass. Dead for a Dollar haben wir dann hier für 14,99 Euro. Das habe ich ja zuletzt erst euch auch online schon gezeigt. Cool, dass man das auch im Markt vor Ort findet. Das ist eine super Sache. Und Dogman hätten wir dann hier im 4K Ultra HD plus Blu-Ray Mediabook von Cape Light Pictures. Da gab es ja zwei verschiedene Cover-Varianten. Den Film muss ich mir definitiv noch reinziehen. Der klang ganz interessant. Bo is Afraid. Ja, darüber habe ich schon des Öfteren jetzt hier meine Meinung gesagt. Ist definitiv ein Film, der mich nicht anspricht. So sehr ich auch Joaquin Phoenix mag. Aber okay, die Geschmäcker sind verschieden. Und sind wir doch froh, dass es eine Auswahl gibt. Hier sehen wir die kleinen Mediabooks von Evangelion. Das dürften dann auch schon fast so Kangaroo-Books sein. Und dann hätten wir hier noch Everly. Auch da wurde der Preis jetzt schon mal reduziert. Das haben wir auch online gesehen. Dort gab es aber teilweise Preisreduzierungen auf 15 Euro. Jetzt hier im Markt auf 19,99. Dann haben wir noch Der Fluch des Kuckucks. Mal wieder ein neuer Horrorfilm aus der Piero Lefou-Reihe. Das ist ja immer so ein Hit and Miss. Manche Filme sind ganz gut, manche aber auch absolut Terror-Krepierer. Falls ihr den Film schon gesehen habt, könnt ihr ja da gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ob ihr den Film empfehlen könnt oder vielleicht eher davon abratet. Also ihr seht, ist alles ganz locker und übersichtlich in den Regalen. Teilweise haben wir jetzt nur noch ein oder zwei Mediabooks in der Regalfläche drin. Da entstehen dann natürlich auch ein paar Lücken, wenn mal jemand etwas mitnimmt. Aber so finde ich es richtig übersichtlich. Da muss man auch natürlich den Platz dafür haben. Und ich denke mal, sie haben hier Müller am Augsburger Bahnhof eh schon so viel gekürzt. Teilweise hast du ja hier schon so viel Faschingszeug auch drin gehabt. So viel Spielzeug, Merchandise. Und vorne gibt es jetzt auch einen Haufen Bücher. Also da haben sie schon alles probiert. Auch Süßigkeiten gab es hier mal teilweise. Ich glaube, die wissen schon gar nicht mehr, was sie hier reinstellen sollen. Weil ich denke mal, in der unteren Abteilung schaut eh kaum irgendeiner nach. Außer er ist eben Multimedia interessiert. Und deswegen ist es hier aus Sicht eines Filmfans natürlich wunderbar, wenn hier die Filme breiter gezogen wurden. Und das Ganze somit übersichtlicher gestaltet wurde. Also ihr seht es, ich habe mal so einen kleinen Schwenker noch gemacht. Das seht ihr hier links am Bildrand noch. Ja, das ganze Merchandise. Also da ist natürlich auch massig am Start. Und wenn wir von Masse reden, dann sind die Colors of Entertainment Media Books natürlich auch nicht weit. Und auch hier wurde die Regalfläche verdoppelt. Also größer gezogen. Ihr merkt es, da sind nicht mehr so viele Filme in einer Regalfläche drin. Und dementsprechend schaut das Ganze jetzt aber optisch nach noch mehr aus. Ja, und da sieht man erst mal, wie viele verschiedene Cover-Varianten es auch von den einzelnen Filmen gibt. Und dann wie viele Filme hier nachgeschoben wurden. Ja, und das Ganze machte überhaupt keinen Sinn, weil ja kaum irgendwas rausgegangen ist. Und jetzt hast du hier zwei riesen Regalflächen, die immer noch so voll sind. Also haut das Zeug doch endlich mal für einen Fünfer raus. Und dann ist auch schon wieder gut. Gut abgeschnitten bei den Oscars. Hart Anatomie eines Falls. Dort konnte man den Oscar für das beste Original-Drehbuch gewinnen. Das ist natürlich wunderbar. Dann geht es hier weiter mit der Standard-Blu-ray-Abteilung sozusagen. Da finden wir ab und zu auch mal ein Steelbook wie zu Kabal. Drüber hat man auch noch Diabolik in der Keepcase-Variante. Die Special Edition habe ich euch ja vorgestellt auf meinem Kanal. Dann findet man auch immer wieder so den ein oder anderen Horrorfilm. Dazwischen Influencer habe ich euch schon mal vorgestellt. King of Killers hat auf jeden Fall schon mal einen Killer-Titel. Und guckt man sich mal die Bilder auf der Rückseite an, dann sieht das Ganze nach einem recht soliden Action-Streifen aus. Darüber haben wir ein paar Filme. Ja, da graust es dich schon vor den Covern. Und bei Kandahar, ja, da war ich eigentlich ganz zufrieden damit. Typischer Gerard-Butler-Film. Dann hätten wir hier noch Mind Cage. Das soll so ein richtig cooler Thriller sein mit Martin Lawrence und John Malkovich. Und da versuchen ein paar Detectives, einen Serienmörder zu fangen. Und dabei holen sie sich Hilfe von einem inhaftierten Serienmörder, den der Serienmörder draußen nachahmt. Und das Ganze entwickelt sich zu einer Art Katz-und-Maus-Spiel. Hat auch ein bisschen was von Das Schweigen der Lämmer gesehen habe ich ihn noch nicht. Ich fand aber den Trailer ganz cool. Und auch die Inhaltsangabe, ja, die liest sich jetzt nicht schlecht. Also das könnte durchaus auch so ein kleiner Geheimtipp sein. Falls ihr den schon gesehen habt, schreibt eure Meinung natürlich gerne darunter in die Kommentare rein. Der Film ist ja schon ein bisschen älter. Ich glaube 2022, 2023 dürfte dann der bei uns im Heimkino erschienen sein. Dann haben wir noch Serbien-Film und darüber 9mm mit Nicolas Cage. Ja, und weiter geht es mit Chucky Oben und auch noch The Expendables 4. Ja, die Steelbooks, die ich zuletzt hier aufgefunden habe, die sind immer noch so reichlich vertreten. Das sehen wir dann gleich hier auf der rechten Seite in der 4K-Abteilung von The Expendables 4. Also alle vier Steelbooks sind noch da. Da hat noch keiner zugeschlagen. The Creator ist auch noch da. Und der Exorzist ist auch noch da im Steelbook. Das hatten wir alles schon beim letzten Mal im Westen nichts Neues. Ja, und bei Müller auch kaum was Neues sozusagen im 4K-Ultra-HD-Regal. Dann hätten wir hier auf jeden Fall noch The Marvels. Ja, das ist erst vor kurzem erschienen. Loki gibt es dann auch hier mit einem 10%-Coupo. Von Rossmann kann man ja gut sparen. Aber da sollte man zuerst einen Blick dann online drauf werfen. Manchmal sind die ja online im Angebot. Dann kannst du dir die Editionen in den Markt bestellen und dann mit einem 10%-Coupon nochmal sparen. So habe ich das ja auch bei The Mandalorian gemacht und konnte dann eben die Staffel 2 für 45 Euro abstauben. Das war natürlich wesentlich besser als hier 60 Euro zu zahlen. Tja, Winnie the Pooh, das Steelbook ist hier auch schon ewig da. Und täglich grüßt das Murmeltier. Die Veröffentlichung habe ich euch ja ausgiebig hier auf dem Kanal vorgestellt. Schön zu sehen, dass auch solche Editionen hier sogar doppelt vertreten sind zum Start weg. Und dann hätten wir noch hier Freelance in der 4K-Ultra-HD-Keepcase, die limitiert ist. Das sieht man auch eher selten. Und was man noch seltener sieht, das ist ein Five Nights at Freddy's Steelbook mit absoluter Sonderprägung. Ein Unikat, als hätte Amazon das direkt an den Müller geliefert. So kam es mir auf jeden Fall vor. Das arme, schöne Steelbook. Was haben sie nur mit dir getan? Also das sah so ramponiert aus. Das tat mir wirklich, wirklich im Herzen weh. Den Schreck musste ich erst mal verdauen und habe dann Gott sei Dank noch was richtig cooles gefunden. Nämlich Wonka. Hier in der 4K-Ultra-HD-Keepcase-Variante. Und dann auch noch in dem richtig geilen Steelbook. Und das Ding, das hat eine richtig schicke Prägung. Und zwar eine Prägung, wie sie auch vom Hersteller so gewollt ist. Wenn wir uns das Ganze mal schon durch die Folie angucken. Also das sieht richtig geil aus. Und genau das Steelbook habe ich dann mitgenommen für euch als Dankeschön. Ich habe es ja angekündigt, wenn wir die Tausender-Abonnenten-Marke knacken, dann gibt es eine Shopping-Tour und auch noch eine Überraschung für euch. Das haben wir geschafft. Herzlichen Dank an dieser Stelle und für euch dann eben dieses richtig geile Steelbook. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar schreiben, dass ihr daran Interesse habt. Und verseht es mit dem Hashtag Wonka und dann seid ihr dabei. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus.